Ja, liebe Leute, willkommen zurück zu Battlefield Hardline Beta. Wir zucken jetzt mal Blood Money und wieder auf der Gangster-Seite. Ich fahr jetzt den mal einfach hinterher, wenn der mal fahren würde. Alles klar. Okay, los geht's. Ja, wir müssen jetzt zum Money Pile und das Geld stehlen, ist ja ganz klar. Wie gesagt, ich fahr dem jetzt einfach mal hinterher. In der Hoffnung, dass er mehr durchblickert als ich. So. Bam, Junge, probieren wir mal unsere neue Waffe aus. Weißt du Bescheid? Okay, Cash, Cash, Cash. Los, los, los. 100.000 reicht nicht. 200.000 reicht nicht. Okay, ich nehme eine halbe Mille mit und dann renne ich. Und jetzt müssen wir zurück die Kohle wegbringen. Wow, shit. Oh, nein. Oh, Gott. Ich habe alles riskiert, Junge. Ich habe alles riskiert. Okay, mein Homie ist eh abgeknallt worden. Gerade auf der Strecke. Oh, scheiße, man. Schnell, schnell, schnell. Lass mich spawnen, lass mich spawnen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Fuck, fuck, fuck. Okay. So. Nein, nein, Mann! Ich spiel gar nicht mal so schlecht, die Uzi gefällt mir. Ist echt gut. Oh Mann, Alter, ich hatte 500.000 Cash. Ich habe mich aber richtig geil verkackt. Einen nehme ich mit, Mann. Einen nehme ich mit. Komm, kommt, 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 kommt. Ich gebe dir Deckung, ich gebe dir Deckung. Was ist denn die Anzeige links unten, diese Meta-Anzeige, was heißt das denn jetzt? What the fuck? Boah, wurde ich übel auseinandergenommen. Von hinten, ne? Da kannst du einfach nichts machen, da kannst du einfach nichts machen. Es ist zum Kotzen, aber... Ich habe echt das Gefühl, dass ich immer nur sterbe, wenn sie mich von hinten abballen. Schön, 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 schön. Stirb, du Pisser! So sieht's aus. Was? Alter! Hier stört schon wieder alles zusammen. Fuuuuck! Gib Gas, gib Gas, Homie! Los, 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 los! Gib Stoff, Junge, gib Stoff! Los, los! Ah, fuck, hier ist alles zusammengebaut. Ja, Mann, ja, Mann! Nein, Mann, ja, war eine coole Idee. Ich hätte auch versucht, drüber zu jumpen, aber es klappt einfach nicht. Los, 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 los! Okay, geil. Puh, geil, Mann. Ohne Witz, irgendwie ist das ganz cool hier, Blood Money. So, rennen wir mal hier durch. Mist. Hat er mich gesehen die ganze Zeit, oder was? Also, hat er gewusst, dass ich um das Auto rechts rumgehe? Warum hat er es gewusst? Scheiße, Mann. Ich wollte ihn austricksen, aber... Okay. Okay. Ja, natürlich, du Pisser, dass sich da auch niemand wegholt, wa? Nee, bleibt da ruhig, bleibt da ruhig hocken, gar kein Problem. Alles klar, das war's ja schon. Wir haben gewonnen, oder? Ja, gewonnen, klar. Ja, Alter, das war meine beste Runde bisher. Wuhu! Ey, Blattmann macht echt Bock, weil ich den Modus komplett verstanden hab. Und es war irgendwie eine geile Szene gerade, ne? Wir voll uns am rauskämpfen aus dem Parkhaus, bam, 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 bam. Und dann hauen wir mit dem Motorrad ab. War spaßig, ich hoffe für euch auch. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr noch mehr sehen wollt in den Kommentaren. Lasst ein bisschen Feedback da und auch natürlich in den Bewertungen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten danke fürs Zusehen, haut rein und tschüss.